Das war mein Bierkollege. Stopp, 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 stopp. Ich bin der Uwe Geller. Das wird auf jeden Fall gezeigt im Internet, weil das ist ein Bierdieb. Leute, dieser Typ hat gerade mein Bier geklaut und das wird gezeigt unter grabproductions.de. Die Dame hier vielleicht gerade mal, sie guckt nämlich schon so skeptisch.